Flux Capacity Übrigens diese Flux Capacity Titel Ich habe jetzt einen gesehen der hat 39% da stehen und ich glaube das ist je nachdem wann das gekauft hast wieviel Prozent der Spieler das sozusagen dann schon gekauft hatten Zumindest denke ich das Und unsere Suki hat schon ganz schön viel gespielt Zumindest Suki Mit ihrem lila Shiny Rahmen da Mit ihrem lila Shiny Rahmen da Und die ist ganz schön heim The fuck Ich kann einfach da hingehen Vielleicht ein bisschen besser Reichweite Vielleicht ein bisschen besser Reichweite Das wird auch einfach stehen bleiben sollen So wie die hier ankommen Suki stellt sich einfach in die Mitte weil sie davon ausgeht dass da keiner mehr hingeht Ist auch geil Oh nice Sie ist drauf gedasht ne sie kommt ja nicht weg So bitter So bitter So bitter So bitter Wie die hier ist spät er was die grad macht Muss eigentlich jetzt Katalysten theoretisch Es ist nur du, warte Macht sie aber anscheinend nicht Es ist jetzt 62 Damage plus das was sie jetzt noch direkt macht Für mich auch noch ein bisschen Ja ich mein versuche ich schon alleine So bitte Meine Twitter ist irgendwie komisch auf meinem Handy Ich hab Leuten den ich folge Wenn die twittern Zeigt es mir so ungefähr 12 bis 24 Stunden später an Auf der App Kriege ich nur eine benachrichtigung die getwittert haben Weil die kündigen irgendwie Stream an für in 2 Stunden Ja ich erfahr das wenn der Stream vorbei ist Danke Twitter Richtig richtig sinnvoll Sie hatten noch 13 AP Ich sag ja es ist einfach nur Ins Gesicht grad gewesen Und wenn sie jetzt nicht Catalyst ist sie sogar tot Würde ich mal behaupten Einfach nur Schon allein durch Durch Dingens Kommens Aber schon durch äh Durch dich Du kriegst noch eine Heilung alter Ach so weil du unterhalb das Leben hast du sogar noch richtig viel Mega nice Das ist grad Bombo Combo hier Du tust ja auch wieder drei Leute Ui 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 Ja, deswegen mach ich auch grad Might Und die Katalysse nicht Machen Sie da Das ist auch ein bisschen damage, aber Ich kann ja nix drum mit der Esche Aber du heilst dich ja auch noch mal für irgendwie 30 nächster Runde es ist ja nichts so, dass du nicht mal ein bisschen Reserve hast Versteh ich nicht Mein Might Nimm mal an, dass der jetzt weg desht Er kann nicht deshten, er kann noch so verbündeten deshten, ich glaube die sieht er gerade nicht da wo Lockwood steht Hier ich geh mal kurz vor, mit dem dash ihm halt ins Gesicht Oder er macht der Catalyst, ne? Er kann er aber den normalen, den kann er glaube ich gar nicht benutzen Bringt Dashy, kriegt er kaputt Ok, das ist ich denn doch, ne meint Aber er hat die Catalyste nicht, er hat die Verbindung gemacht Ja Oder er verstehen Ah! Prediction Bist er einfach kaputt hauen können Ne, hat's wirklich ein Problem Ich kann ihn nicht mehr dashen, ne? Ne Und ich hab Fetter dabei, yeeeey Ich komm nicht raus Ja, hau ich zu Ah, hau ich ihm einen ins Gesicht Hm, dann wird's bisschen krass für dich Ne, macht er nicht, ok Ah, hau ich meine Augen close Ah, hau ich meine Augen close Und Suki war einfach so stark Hab's ihm so'n übeln Vorteil gegeben Ja Guck mal, er steht da neben mir Oh, ich bin tot Ah unsichtbar geworden hier steht hier irgendwo in der nähe erlaubt die volle durch weil ich nicht wenn wir die kante läuft er nicht mehr oder nicht steht sie da steht sie wirklich da oder auch nicht mehr aber ich denke schon ich probiere es mal drauf du wirst halt nicht wo ich mir heidung holen könnte gibt ja keiner nach doch ich habe gerade eine aufgenommen und bei dir spawnt auch gleich einer aber da oben ist auch noch heidung da sind wir gesprungen hier steht er noch halb tot schon wieder ich werde doch alle bei euch da drüben bleiben und nicht auf mich gehen so als nix weißt du okay wird dieses auch noch gedingensbombenst hier ist auch noch unstoppable dadurch das ist kacke kannst du es auch nicht verhindern dass du dich bewegt die werden revealed drauf? ne sehr gut ich lebe noch ich lebe doch nicht die schild auf die dinge haben nicht gereicht super hero super hero ha ich kann hier unten links spawnen ja da das hätte ich eh nicht verhindern können nicht 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 Und dann läuft er wieder in meine Falle rein Die ist schon nicht auf dich, ganz entspannt Verlaub Er kann aber natürlich auch auf Gegner dachen Wege ich mal ein Stück Heilung drauf Er hat keine Heilung auf seinen Dingern, dann kriege ich ihn Auf seine Ulti oder was? Ach so meinst du auf seinen Meid Oh auf seinen Boost Mach die Ulti nicht Alles klar Das ist cool Weil dann kriegt er die Ulti dieses Game-Röcheln ja raus Wenn ich mich nicht neben Dingens gestellt hätte vielleicht schon Warte mal, regroup Regroup Tschüss Gut, dass du da drüben bist Wait, I did a mistake Regroup Zwei zu mir Alle zum Knack-Arsch Ja Wir werden alle zum Knack-Arsch Dann können wir den Quark verprügeln Ich kann Quark 17 geben Hilft dir das? Ich meine 40 Oh Okay So dann hilft dir das Ich will wahrscheinlich dashen Als Katalyst Ja 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 Ich dachte ich dash in die andere Richtung Ja, die Heider hätte man vielleicht bedenken können Aber da werden wir ihn ja noch sehen Ist alles gut Dann werden wir ihn ja zu verfolgen Dann ist halt diese Runde tot Hast du denn den Mark noch drauf jetzt die Runde? Ne ne? Ach doch, hast du sogar Krass Ja, ich mach wieder 41 Diesmal kann er nicht dashen 41 plus 20 reicht aber auch nicht Ne Er heilt sie auch noch Nicht, weil er sich heilt Ja Aber sie kommt doch nicht weit weg Terror Schneemann Die hat immer so ne Ulti da oben Ich kann ihm noch einen geben 34 Ich habe ihn Er heilt sich ja nur um 15 oder sowas Du gehst hinter sie Ich wollte tornten Ich muss den Tor nicht mehr auslösen Verdammt Block zieht das jetzt? Das wird doof Dann habe ich es nicht Wenn jetzt ein Bodyblock kommt Au Fuck Ne, kein Bodyblock Gewonnen Zu genau gezielt für den Bodyblock L심 Jawohl No Oh, nur 200 Ehrlich die erste Runde von der von der Suki, eh. Joach. Ja, die ist echt böse gewesen. Ging ein bisschen rein irgendwie. 100 damage auf einen. Erste Runde. Ja. Sagen wir, damit können wir es beenden. Ich bin dann mal raus. Jo. Bis bald.